Haben wir eine Erkrankung, die lokalisiert ist, also nicht gestreut ist, keine Metastasen gesetzt hat, können wir mit einer radikalen Operation kombiniert mit einer Chemotherapie Heilung für diese Patienten erzielen. Das ist bei etwa ein Fünftel der Patienten möglich. Ich habe Ihnen heute einen aktuellen Fall mitgebracht. In meiner Sprechstunde stellte sich ein 64-jähriger ehemaliger Lehrer vor. Er ist sehr rüstig, normalgewichtig, nicht Raucher. Seit seiner Pensionierung ist er viel auf Reisen, wandert sehr gern und stellt es, dass er bestimmte Speisen nicht mehr vertrug. Fettige Speisen, gegrillte, war nicht mehr gut verträglich und es kamen auch leichte Rückenschmerzen hinzu, die sich jurtelförmig ausbreiteten. Eine Bildgebung der Wirbelsäule zeigte dann eine Raumforderung in der Bauchspeicheldrüse, die den Patienten dann in meine Sprechstunde kommen ließ. Bei hochgradigem Verdacht auf die Erkrankung wird ein sogenanntes Staging durchgeführt. Das heißt, das ist eine Untersuchung, um festzustellen, wie der Ausbreitungsgrad der Erkrankung ist. Haben wir eine Erkrankung, die lokalisiert ist, also nicht gestreut ist, keine Metastasen gesetzt hat, können wir mit einer radikalen Operation kombiniert mit einer Chemotherapie Heilung für diese Patienten erzielen. Das ist bei etwa ein Fünftel der Patienten möglich. Die Symptome des Bauchspeicheldrüsenkrebs sind in der Anfangsphase sehr unspezifisch. Die Patienten beklagen einen relativen Gewichtsverlust, Verdauungsbeschwerden im Sinne von Blähungen. Und oftmals kommt anfänglich auch ein ungezielter Rückenschmerz hinzu, der sich gürtelförmig ausstrahlt. Es gibt einige Patienten, bei denen ein sogenanntes Frühsymptom auftreten kann. Das ist die schmerzlose Gelbsucht. Das heißt, die Sklären, das Augenweiß des Patienten und die Haut färbt sich gelb. Wenn solche Symptome auftreten, sollte man sich relativ zügig zu einem Facharzt begeben. In unserem speziellen Fall können wir den Patienten Aussicht auf Heilung ermöglichen. Mithilfe der Operation und der kombinierten Chemotherapie. Im Allgemeinen ist bei Erstdiagnose bei etwa vier Fünftel der Patienten eine fortgeschrittene Erkrankung bzw. Streuung der Erkrankung zu erkennen. Bei diesen Patienten können wir keine Heilung als Therapiestrategie anbieten. Wir werden hier eine Überlebenszeitverlängerung mithilfe einer Chemotherapie erreichen können, die wir dem allgemeinen Zustand und dem Patientenwillen anpassen können. Bei ungefähr acht Prozent der Patienten können wir nach den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen eine sogenannte zielgerichtete Therapie anbieten. Davon haben Sie sicherlich schon gehört. Antikörper-Immuntherapien. Bei diesen acht Prozent der Patienten finden wir genetische Alterationen, die wir für die Therapie ausnutzen können. Was ist die psychologischen Aspekte der Erkrankung? Erkrankungen sind vielfältig. Gemeinsam ist dem Patienten, dass ihnen bei der Diagnose oder bereits bei hochreichem Verdacht auf die Diagnose die Füße weggerissen werden. Die Patienten sind orientierungslos und versuchen, die Diagnose zuerst zu verneinen. Oftmals auch selbstständige Informationen, die nicht aus den Fachkliniken kommen, einzuholen. Im speziellen Fall, den wir hier besprechen, hat der Patient seinen Einstieg in die Rente hinter sich, wollte viel reisen und ist mit dieser Diagnose jetzt vollkommen konfrontiert und kann somit seine Pläne im weiteren Leben nicht durchführen. Hier ist es so, dass der Patient sich auch erst nicht geöffnet hat und dann gemeinsam mit seiner Ehefrau das Gespräch in einer Spezialsprechstunde gesucht hat. Die Patientinnen und Patienten fragen oftmals, wie sie mit der Diagnose in ihrem Umfeld und in der Familie umgehen können. Hier ist es wichtig, dass die Diagnose und auch die Beschwerden offen angesprochen werden, damit man sich auch den Rückhalt in der Familie sichern kann. Die Kontakte müssen da bleiben. Das alltägliche Leben soll weitergehen. Dennoch muss man die mittelfristig doch lebensverändernden Maßnahmen besprechen. Dazu gehört auch, dass ein fester Lebensmittelpunkt gefunden wird, weil man braucht eine enge Beziehung zu seinem Therapeuten, der doch wichtige Entscheidungen mit dem Patienten absprechen muss. Und im Weiteren dann gehört es aber auch dazu, dass man sich über finanzielle und strategische Aspekte im Klaren sein muss, weil doch im Verlauf lebensverändernde Ereignisse eintreten werden. Patientinnen und Patienten mit dem Verdacht der Krebsdiagnose oder auch mit der manifestenden Diagnose haben einen immensen Informationsbedarf. Hier bitten wir darum, dass dieser nicht aus dem Internet erfolgt, sondern Patienten sich und auch die Familienangehörigen sich an spezialisierte Zentren wenden, wie die Charité. Wir haben hier von unserem Comprehensive Cancer Center eine Krebshotline geschaltet, die telefonisch und per E-Mail erreicht werden kann. Hier erhalten Sie kurzfristig Informationen zur Erkrankung beziehungsweise es werden Termine angeboten zur Beratung. Des Weiteren können wir auch Gespräche mit Patientenorganisationen vermitteln, wo Patienten mit Patienten über ihre Diagnosen sprechen können. Be�� von Be Music Müski Müski Müsk